Ich habe versucht in jede von ihnen zu fallen. Vielleicht hätte ich zuerst versuchen sollen einen Stein in die Gruben zu werfen. Das wäre eine schlaue Denkweise gewesen. Na gut. Ich kann das Schwert nicht finden, aber vielleicht stolper ich über den Runenstab. Wenn Spirit Blossom Runenstäbe irgendwo gefunden werden können, dann müsste das irgendwo ein Yggdrasil sein. Es muss irgendwo einen Knopf geben, um den Teleporter abzuschalten, aber wo? Okay. Da ist jetzt offen. Da will ich aber erstmal noch nicht rein. Und ja, da sind wohl die Gruben, die gemeint sind. Wow, das ist das Problem. Wollt ihr mich veralbern? Warum wird das hier jetzt Indiana Jones? War 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 Okay, ein Knopf. Hey, das ist ein Gebiet, was wir schon kennen. Das wiederum ist nicht so gut. Das war jetzt aber ziemlich knapp, ey. Aber hey, damit kann ich wieder... Damit kann ich jetzt wieder in die oberen Regionen... Was? 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 Ich kann auf jeden Fall jetzt Teile von Yggdrasil säubern. Ich kann wieder in die oberen Regionen, um mich da wieder umzugucken. Ich kann wieder in die oberen Regionen, um mich da wieder umzugucken. So, jetzt müssen wir als nächstes den Gehörnten ausschalten, der da irgendwo rausgekrochen gekommen ist. Ich hätte da zwei Vermutungen, wie man an den Ruhnenstab rankommt. Entweder wir haben jetzt durch das Öffnen irgendwas geöffnet, wo wir den Schalter finden. Oder wir müssen überall die Ankerpunkte in Yggdrasil vernichten. Okay. 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 Hey, Kumpel. Kann ich die vielleicht einfrieren? Ja, das ist jetzt fast schon... Fast schon irgendwie rhythmisch. Okay. 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 Ich weiß auch, wo die anderen beiden sind. So habe ich vielleicht... So habe ich vielleicht das Glück an den Wuneworn zu kommen. Der muss ja recht mächtig sein. Okay. 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 ein bisschen mit ihm spielen. Aber ich glaube nicht, dass ich ihn so tot kriege. Da brauche ich von jedem noch wenigstens einmal einen guten Zauber. Oder wenigstens von ihm. Ja, wie gesagt, Yggdrasil ist mir gerade wirklich lieber. Und ich hätte eigentlich gedacht, dass Yggdrasil die unterste Ebene wäre. Aber scheinbar gibt es in Yggdrasil noch Gruben. Also entweder sind diese Gruben Todesfallen, dass man einfach runterspringt und stirbt. Oder da unten Wimmels vor Gegnern oder irgendwas anderes Böses. Wahrscheinlich wird man von innen die Fallen platt gemacht. Gut. Ich könnte mich hier eigentlich nochmal umsehen, ob hier noch irgendwo eine Falle ist. oder ich gehe einfach hier weiter mich umsehen. Weil hier habe ich auch aufgemacht. Das war schon so. Ja, und die porten mich einfach irgendwo hin. Da stand ich falsch. Mist. Okay. Da kommt tatsächlich von da so ein Ding gespawnt. Das ist ja auch furchtbar. Okay, da geht es in den Teleporterraum. Ja, du kannst da reinrollen. Was passiert, wenn du den Teleporter rollst? Du rollst einfach durch. Okay. 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 First mal habe ich da einen Knopf gesehen. das ist jetzt nicht ernsthaft ok du machst nichts anderes außer da auf und zu